Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Fortnite und den Most Wanted Aufträgen. Dies ist gerade mal, erreiche in verschiedenen Matches das höchste Fahndungslevel. Ja, das höchste Fahndungslevel ist Stufe 4 und um das Fahndungslevel zu erhöhen, müssen wir Kills machen und Truhen plündern. Dadurch steigt es immer Stück für Stück ein bisschen. Alternativ können wir zu so einen Telefonzellen gehen und uns dafür 500 Gold eine komplette Stufe kaufen. Falls es mal irgendwie eng wird, die sind Stufe 3 oder so, das Match ist fast vorbei, dann kann man das vielleicht nochmal machen. Ansonsten sollte es alles kein Problem darstellen, aber natürlich gibt es jetzt noch einen kleinen Clip für euch, wo ihr seht, wie das Ganze abläuft. Und in diesem Sinne, ihr wisst Bescheid. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.